Heute ist es soweit, Freunde. Stadtderby in Hamburg. HSV gegen Pauli. Ich bin hier schon am Stadion und heute werde ich einen fetten Stadion-Blog für euch aufnehmen. Es wird richtig geil. Die Stimmung hier schon sehr wild. Man hört schon ein paar Leute aus dem Stadion rufen. Ich bin sehr gespannt, wie das heute ausgeht. Mein Opa ist mit dabei. Sag mal hallo. Hi, grüß euch. Nike ist am Start und Cenk ist dabei. So Freunde, das sind unsere Tickets. Wir sitzen Block 20a, Reihe 21 und jetzt geht es rein ins Stadion. Opa ist schon drin, Nike ist drin und Cenk kommt gerade von hinten aus der Kontrolle. Ich glaube, ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Ich habe das Gefühl von HSV. Wir sind natürlich für HSV, ist ja klar. So, ich habe hier noch ein paar Jungs getroffen. Was sind eure Tipps? 2-1 Hamburg. Natürlich. 3-1 Hamburg ist gut. 4-1. Oh, das ist echt viele Tore werden geschaffen. Mein Tipp ist 2-1 für Hamburg. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, bevor es jetzt nach oben geht, erstmal noch ein bisschen Stadion essen. Was hast du denn da geholt? Borscht mit Sämpf. Borscht mit Sämpf, Borscht mit Sämpf und wir bei deinem Currywurst. Super. Wir sind jetzt auf unseren Plätzen, wo wir sitzen. Wir haben ein Getränkpunkt, Tim. Sehr, sehr wilde Plätze, sehr nah am Rasen. Was sagst du, Jack? Oh, ich sag knackiges Brunnen. Ich sag knackiges Brunnen. Rein, Tim Mieke. 3-1. 3-1. Ich habe jetzt 2-1 gesagt. Mein Opa sagt auch 2-1. Guck mal, wie schön, Freunde. Wie schön das hier getroffen ist. Auf der Seite sieht es so aus. Und auf der anderen Seite... Da brennt Hamburg. Da brennt Hamburg. Wir werden am Ende sehen, welche Farbe Hamburg heute Abend wird. Hier ist so viel Kopf drin von Hamburg. Platz 10. Nach den ersten 3 Minuten ASV zeigt, dass sie morgen haben. Die Pressen. Wie sehen die Fehler. Wenn das so weiter geht, kann man wohl nicht. Was werden hier? Freunde. In die Spielminute. Und da drüben brennt es jetzt auch. Wir gehen auch ein bisschen rüber. Spannung bei Schalke. Ja, rechts. Ich ihm begrenne mich auch. Wir haben Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Fahne hoch! Fahne hoch! Abseits! Hebt die Fahne hoch! Treffer zählt, Freunde. Treffer zählt. Das sagt von mir 100% aus wie Abseits. Kein Plan. Ich kann uns das nicht... Ich würde es in der Wiederholung nochmal an, aber es wird sehr knapp gewesen sein, oder? Du hast Deutschleiter gesehen. 1-2-Faul nicht schwer. Egal, Chimes kann auch kommen. Abseits! تم Abseits! 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 Ja! Es geht in die Halbzeit, 1 zu 1. Das ist aber so wichtig, ne? Wie? David, wie? Also ich bin ehrlich, Freunde, ich bin kein Hater von jemandem und das war ganz verrückt krank. Das war ganz wirklich verrückt krank. Wow! Ich wusste nicht, wusste nicht, dass er so krank flinkt. Es geht in die zweite Halbzeit und Hamburg ist jetzt schon blau. Super. Wie sieht es da drüben aus? Ja, okay. Anpfiff und direkt weg nachlegen. 2, 1, 2. Schwarz, Weiß, Blau. Boah, sieht das geil aus. Was geht jetzt hier ab? Einfach mit Feuerwerk, alles drum und dran. Die Spiele müssen natürlich warten. Einfach mit Batterie gezündet. Einfach mit Batterie gezündet hier. Einfach mit Feuerwerk und 3 Jahren gut zu tun. Hoecher! Hoechm! Ja! 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 Wer macht statt? Wer macht statt? Der Rush muss man lauhe haben. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Wie viele A-Sist, die drei sagen abseits! Ich meine, da war kein Abseits. Weiß ich ja nicht. Ich dachte, reiß auf 13.000, da hat er den Pass gespielt. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Der Fall zählt, wie ich gesagt habe, der Fall zählt. Mal reißen kurz, ich muss fast halt raus und dann hat er den Pass gespielt. Und direkt weiter, und direkt weiter. Bring sie. Super, super. Ey, ich sag ehrlich, ne? Das stimmt ja wirklich nicht immer hier heute. Aber heute ist Ex-Nation, wirklich Ex-Nation. Paul, die Anschlusskreppe aufs Weg, Zentralen aufs Weg, hört aufs Unix, ein Zauber, das Glatze, völlig den Wollewein, Hackel und so. Ja, das war ein Schmerz. Meike, der gleichzeit zwei in einem ist alles wieder offen, ohne Sinn. Ja! 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 Einen Tor! Ja, Junge! Ja! 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 Das ist jetzt! Das ist jetzt jetzt. Es ist jetzt. Wir fallen gerade hoch, aber das ist unglaublich! Pauli 4-3. Was? Er hat super, er hat es gedauert, er war Radfall. Wir freuen uns die letzten Sekunden, eigentlich muss der Schiedi jetzt abweifen. Wir schreiben euch das Bauch. Guckt euch das an, das ist ein Spektakel. Nein, 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 er muss abweifen, er muss abweifen. Das Spiel ist ruhig. Pfeif ab! Nein. Ja, 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 pfeif ab, pfeif ab, pfeif ab! Pfeif ab, Pfeif ab! Ja, Junge! Derbysieger! Hör mal! Endlich mal wieder ein Derbysieger gewonnen, das ist wichtig. Guckt euch das an, das haben sie nicht verdient. Derbysieger, derbysieger, hey! Hey! Derbysieger! 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 He! Schau, derbysieger! Derbysieger! Hey! Hey! Guck mal die ganzen Handylichter, die an sind. Dann hier Pyro, Knapp, man jetzt gerade schauen. Das ist so Gänsehaut gerade hier. Guckt euch das man wie geil das aussieht. Stadion, dunkel, in blau, so verrückt, wow. So Freunde, HSV, Derbysieger, die Gegend hat aus dem Stadion raus, haben wir jetzt gerade noch die ganze Zeit mit den ganzen Fans zusammen gepeiert. Das war geistig krank, diese Atmosphäre im Stadion, habe ich noch nie erlebt, wie die das Stadion belichtet haben und so weiter, wie die alle gepeiert haben, verrückt. Lasst ein Like da, Freunde, lasst ein kostenloses Abo da, um nichts dazu zu verpassen. Hey, bist du jetzt auch HSV-Fan geworden? Ja, der hat's gefühlt, der hat's gefühlt, der kann nichts sagen. Ich sag noch nichts. Der war heute neutral hier, ein bisschen für Pauli, ein bisschen für HSV, war ihm egal. Ich glaube, bist ein HSV-Fan geworden, der Mann. Freunde, das war's, bis zum nächsten Mal, peace. Das war's, bis zum nächsten Mal.